Hallo und herzlich willkommen zu unserem Operator-Video für Black Ops 4. Wir werden uns jeden einzelnen Operator einmal anschauen, ein Video dazu machen, uns die Story angucken. Im Anschluss möchte ich noch ein Video machen zu den Top 5 Operators. Wenn man von Meta sprechen möchte, die ist einigermaßen gesetzt. Es ist auf jeden Fall klar, wie die Operators einzuordnen sind. Dann mache ich aber ein separates Video dazu. So, los geht's. Unser erster Operator ist Ajax. Let's go. Ajax ist ein Operator mit Schild. Und zwar hat er ein Vollkörperschild. Man findet also keine Möglichkeit, durch das Schild hindurch zu schießen, eine Schwachstelle zu finden, um den Körper zu treffen. Zusätzlich hat er in diesem Schild eine Minikanone eingebaut. Das heißt, er kann aus der Volldeckung heraus Gegner angreifen. Seine zweite Fähigkeit ist eine Flashbang. Die Flashbang kann man aufladen bis zu drei Stufen. Die Flashbang ist unglaublich stark. Sie flasht nicht nur, sondern sie stunt den Körper. Man kann nicht in den ADS-Modus gehen und so weiter. Also eine sehr, sehr starke zweite Fähigkeit. Insgesamt ist Ajax ein sehr nerviger Operator. Wir wollten die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich wollte das von einem Labor und einem Büro austun. Aber Jessica wollte kämpfen. Happy Birthday, Mommy. Du hast so ein gutes Herz, Lucy. Wie deine Mutter. Das hat sie ungewohnt. Sie wurden gewarnt, Mission abbrechen. Mission abbrechen. sie ist dafür gestorben woran sie geglaubt hat sie war meine kleine schwester sie war sehr tapfer genau wie ihr großvater bis wir uns so viel kohle macht man nur über einen haufen leichen entspannlich sie ist glaubwürdig worauf lassen wir uns hier ein bei dem was sie zahlt alles was sie haben dieser scheiß existiert gar nicht sie plant einen kampf eher einen krieg ich denke an was größeres als kriege ihr seid hier um die welt zu verändern woran haben sie gedacht warte rufzeichen ajax was dachten sich deine eltern die neunknallgranate je länger du sie scharf machst desto öfter macht es bumm land und blendet feinde ein ballistikschild hat einen waffenschlitz und verwandelt sich in deckung beinhart können und wissen sind waffen meister den scheiß dann steigen deine chancen deine neue beste freundin heißt neun und ihr nachname ist knall und jetzt machen wir einen knaller auf stufe 3 schaden er gerückt halten stufe 3 das war eine gelungene sache jetzt lassen wir einen knaller von der wand abtrahlen so erwischt man feinde in den ecken er denkt dass wir ihn da hinten in seinem versteck nicht sehen er sieht nichts mehr muss ich mehr sagen gute neuigkeiten als nächstes kommt der ballistikschild dein schild ist im einsatz aber du kannst noch tanzen schieß aus der hüfte wirst schon sehen wenn ihr ein schild weg zieht hat man einen kurzen verzug leg los mann spick sie mit bleib hat man nicht hat man nicht du bist echt vielversprechend mann und jetzt zeigt dem scheißer was du im nahkampf drauf hast ja ok jetzt machen wir sie wieder scharf er hat das licht gesehen baby los das war ein richtiger arschtritt rüber zur nächsten markierung das wird dir gefallen verstärke deinen schild um dich besser zu schützen aber das hat seinen preis du verlierst an mobilität jetzt verstärke einen schild und dring in den raum ein siehst du richtig schön kuschelig und jetzt mischst du sie auf du steckst zu viele treffer ein du bist ein scheiß künstler mann erst einen neuen knall reinwerfen und dann mit dem schild rein stürmen abgefahren baby da kommt noch mehr stell den fleisch aus ja man zeig den verlierern wo der hammer hängt ja zeit für eine verdammte punkte serie erreiche das limit und du gewinnst kapiere und du fängst bei null an also los go 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 du hast den scheiß toll im schnitzkasten zerr seinen arsch zur nächsten markierung dann testen wir das eine aus der ferne gesteuerte sprengladung im korn nennen wir es eine fernlenk ladung der wagen ist so geil du verdienst ein diplom für krassen scheiß das war spitze jetzt setzen wir den scheiß ein geh rüber zur kampfsimulation du wirst sie lieben die menschen gehören sie in ihre häuser zurück wir werden schießen wir werden schießen wir werden schießen gehörst du zu ihm also nicht zu dir das die 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 Untertitelung des ZDF, 2020